Hallo Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video. Wie ihr im Titel vielleicht unschwer erkennen könnt, habe ich heute Geburtstag. Ja, hey, ich bin 17, hey. Aber darum geht es eigentlich gar nicht so unbedingt. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte euch eventuell mal an meinem Geburtstag ein bisschen beteiligen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal das, was ich gekriegt habe in einem Unboxing und hänge einfach noch ein kleines Gewinnspiel hinten dran. Und ich würde sagen, ich fange mit dem Unboxing einfach mal an. So, hier haben wir jetzt die Samsung Solid State Drive 830 Series oder einfach kurz SSD. Wer nicht weiß, was eine SSD ist, das ist quasi eine extrem schnelle Festplatte. Und was mir so zu Anfang schon mal auffällt, der Karton ist für eine Festplatte relativ klein. Aber ich würde sagen, ich mache das einfach mal auf. Aber ich kriege das jetzt nicht mit einer Hand hin, deswegen lege ich kurz mal die Kamera weg. So, weil das jetzt ein bisschen lange gedauert hat, weil ich zu dumm war, das aufzumachen, schon habe ich einfach mal geschnitten. Aber da ist das gute Stück. Und zwar ist die tatsächlich sehr klein, wie man sieht. 256 GB. Was steht da noch so? Ah, nichts Wichtiges. Aber ich gucke mal, was da sonst noch so drin ist. Ah, ist das eine Installations-CD? Da haben wir, also eine Festplattenlaufschiene heißt das, glaube ich. Kabel, Schrauben. Okay, ein SATA-Kabel, ein Stromkabel. Okay. Gut, dann gucke ich mir nochmal eben an, was hier drin ist. Vielleicht ist das ja auch einfach nur ein Handbuch. Ach ja, NotenGhost, genau, damit kann man, glaube ich, seinen PC kopieren, also ein Backup machen. Und da ist die Installations-CD, Anleitung. Ja gut, das war es auch schon. Ich habe auch nicht erwartet, dass da viel drin ist. Ich zeige euch jetzt hier nochmal zum Schluss. Das ist das Ding. Das ist extrem schnell. Und ja, ich würde sagen, damit gehen wir einfach mal zum Gewinnspiel über. So, und zwar habe ich hier noch so eine 5 Euro Paysafe-Card. Und ich habe keine Ahnung, was ich damit soll, weil, weiß ich nicht, mit 5 Euro kann man nicht so viel anfangen. Und ich habe mir gedacht, ich verlos die einfach mal. Und zwar müsst ihr mitmachen. Genau, ihr müsst mitmachen. Nein, ihr könnt mitmachen. Aber um mitmachen zu können, müsst ihr mein Abonnent sein, dieses Video liken und einfach irgendeinen Kommentar schreiben. Also ihr könnt mir schreiben, warum ihr gewinnen wollt. Ihr könnt mir schreiben, wie es euch geht. Ihr könnt mir gratulieren, ist mir total egal. Aber egal, macht mit, wenn ihr Bock habt. Würde mich freuen. Und ich würde sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Ich feiere jetzt mit meiner Familie. Ciao. Ich zeige euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017